Jetzt nochmal ein Video zu Bitcoin und zu anderen digitalen Währungen. Also wenn wir so mitbekommen haben, was so die letzten Jahre passiert ist und so, auch mit den Banken und so, ist es höchste Zeit, dass wir anfangen uns mit digitalen Währungen auseinanderzusetzen und sie zu kaufen. Und für die, die ganz neu dazu sind, erkläre ich noch so ein bisschen was. Bitcoin ist die größte digitale Währung von allen. Die ist jetzt 100 Milliarden wert. Ein Bitcoin kostet 5700 Dollar und es werden täglich so 2 Milliarden gehandelt an Bitcoins. Die zweitgrößte ist Ethereum, drittgrößte ist Ripple, viergrößte ist Bitcoin Cash, fünfte ist Litecoin, sechste ist Dash. Das sind jetzt zuerst mal die wichtigen und da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Bitcoin wurde anonym kreiert, also niemand weiß, wer es kreiert hat. Es ist aber todsicher, weil es ein Open Source Projekt ist. Also jeder Entwickler kann mit dran arbeiten. Jeder kann den Code einsehen. Dann das nächste ist Ethereum. Das ist auch eine digitale Währung wie Bitcoin mit dem Unterschied, dass da noch intelligente Verträge, automatisierte Verträge darin basieren können. Das heißt, du kannst zum Beispiel irgendwas kaufen, so ein Ethereum und dann kriegst du dafür in einem Monat zum Beispiel was anderes dafür oder irgend sowas. Es gibt viele verschiedene Arten von Verträgen, die man damit machen kann. Das sind sehr interessante Sachen, die damit schon entwickelt werden. Es gibt einige Firmen, die zum Beispiel Integratoren für Microsoft, die mittlerweile diese Einbindung mit Ethereum schon machen. Dann gibt es Ripple. Ripple ist nicht dezentralisiert, ist aber gemacht für ein Interbank System. Also wenn jetzt zum Beispiel zwei Banken untereinander austauschen wollen. Okay, jetzt wurde gerade mein Termin verschoben. Gut, muss ich mal schauen. Was sollte ich sagen? Ripple, genau, also das für Interbankensystem Bitcoin Cash ist ein Ableger von Bitcoin. Bitcoin hält sich auch noch. Auf Dauer wird er sich glaube ich nicht halten, schauen wir mal. Dann gibt es Litecoin, das soll ein bisschen schneller sein von den Transaktionen als Bitcoin. Und Dash soll vor allem sehr anonym sein. Und sofort. Also Bitcoin dauert immer so ein bisschen, wenn man was verschickt. Und Litecoin geht sofort. Ich sehe, man sieht mich hier kaum. Und ich kann man das hier, kann man das hier mal runter tun. Jetzt scheint mir auch die Sonne direkt ins Gesicht. Autsch. Die, ich sehe gerade mein Interview wurde verschoben. Das habe ich schon gesagt. Okay, und wo kann man jetzt Bitcoin kaufen? Also in Deutschland kann man zum Beispiel über Bitcoin.de kaufen. Man kann über alle möglichen Plattformen kaufen. Aber Bitcoin, die ist eine Möglichkeit. Und da ist ein Bitcoin bei 4.800 Euro. Und wir machen das jetzt einfach so. Ihr könnt in den Kommentaren mich irgendwas dazu fragen. Und ich bin jetzt kein Über-Experte mit den Sachen. Aber ich weiß, dass es einfach die Zukunft ist. Und ich finde das geil. Und habe mich damit schon so ein bisschen beschäftigt. So was, was irgendwelche Fragen sind. Einfach Fragen. Nehmt 50 oder 100 Euro. Und kauft euch Bitcoin. Das habe ich auch gemacht. Einfach nur, um es auszuprobieren. Zu testen. Und zu schauen, wie das funktioniert. Macht das. Also anstatt euch irgendwas anderes zu kaufen. Oder das Geld auf der Bank zu lassen. Macht das. Weil ihr würdet sehen, da ist, da baut sich eine neue Welt zusammen. Eine neue parallele Welt. Und das wird auch den Eliten die Stirn bieten. Ja, weil dann plötzlich man nicht mehr Sklave ist. Also finanziell gesehen ist man nicht mehr Sklave von diesem Riesensystem, das einfach extrem korrupt ist. So, fangt damit an. Also wie gesagt, alle Kommentare herzlich willkommen.